Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Fatih von Püringen. Wir werden hier auf den Anhänger bergen. Wir müssen das probieren. Bisschen Glück. Das kommt auch nix. Der Rad hat das doch zu leicht hinten. Auf die Kartengrenze. Der ist so dicht an der Grenze. Der Rad klappen. Der geht weiter. Der Rad. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das sieht man nicht schlecht aus. Ey, Wahnsinn. Die haben mich gerettet. Die haben mich gerettet. Das ist die Flachstange. Die sind die Flachstange. Die Flachstange sind die Flachstange. Wir flachen die Flachstange. Wir flachen die Flachstange. Die Flachstange sind nach Hause. Wir wollten eigentlich Kurve einfach, ich hab jetzt Zeit nicht dran, ich verkaufe immer das Weizen. Das ist eine kleine Halle. Heh, das ist ja. 3, 2 Ja, geht gut Wenn, grad so. Ja, Vollgas, Vollgas. Ach, will nicht. Genau. Trunk. Also brauchen stärkeren LKW. Den holen wir gleich. Schauen wir mal hier, ein schönes Haar. LKW. Der hat 430 PS, 90 kmh. 730, ja, muss ich zwei Achsen nicht, muss ich zwei Achsen haben. Den Scania. Ja, der wird mal nicht schlecht. PS-Zage-Spaß. Konfigurieren. In blau. Blaue Felgenfarbe. Design. Boah. Motorführung. 1500 PS. Und immer gleichjährige Leistung, ne? Design. Oh. Kaum und immer. Da würden wir den, verkaufen. Ja, ohne ja mal, hinzufalten. Ausdruck. Ausdruck angezogen an den Fernseher. Ok. Das ist Sau, ne? Ja, der hat den Vorteil, er hat zwei Achsen und er steht sofort, Gas wegnehmen, er steht. Ja, der ist ein Traktor. Der hat den Führer aus der Fahrer, er hat den einen von Fahrern. Gas wegnehmen, er steht, gut. Held mir. wird die betrug oder auch wohl sein war ich schnell unterwegs hin man sich aber frei gefällt mir bäume kippen kippen rauch doch nicht ja ja allein das finde ich ein blitz wird was ab hier die spiegel etwas ungünstig durch kranseitliche fahren so So. Ah, nicht gut. Tup, 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 tup. So, rückwärts fahren. So, rückwärts. So, rückwärts. Und zwar so, rückwärts. So, rückwärts. So, rückwärts. aha hamburg hm ich glaube es ist ein gelände Oh ja, cool. So, wo war der Verkaufspunkt? Ich glaube hier vorne hin hoch. Das wäre kein guter Kurs für den Kursvdreh. Oh, liebe Freunde, das soll es für heute gewesen sein. Was hat euch gefallen? Bei gefallen, bitte ein Like. Ich sage schonmal Danke. Würde mich freuen, mein Abo. Auch dafür ein Danke. Von draußen hört man sich wieder in der nächsten Folge. Tschüss. Tschau, tschau. Finde ich wirklich bis dann hier. Tschau, tschau. 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 Tschau.